hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play minecraft letztes mal war die aufnahme etwas abgebrochen ja egal wir machen jetzt hier einfach mal weiter ich habe da in der zeit das hier gebaut wo ihr nichts gesehen habt ja wirklich steine haben wir nicht gefarmt aber egal ich wollte jetzt eigentlich nur steine fahren aber wir schalten noch mal kurz die monster erst mal ein weil da wollen wir mal gucken was passiert es ist ja so ausgedeucht dass keine monsters wollen das kommt weg ja hallo monster das kommt weg ähm zombies so ähm ja ich würde sagen wir da würde ich das sagen ja ich würde sagen wir machen das noch mal kurz zu springen springen ja noch mal schnell runter so sind wir nämlich hier unten und zombie komm her komm fein und nochmal danke so da war doch noch ein zombie oder einer war doch da noch guck mal hier mal schnell rein ähm verdammt das ist schlecht äh falsches werkzeug so so als die monster fall ist jetzt auch nicht wirklich effektiv wie man schon sieht und das wollte ich dann auch mal noch um ändern dann später mal in einer neuen welt ey hör auf das macht man nicht tipp 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 ich glaube hier sollten wir nicht mehr hingehen ähm ich baue es einfach mal ab weil ich glaube da ist jetzt wirklich ähm schlecht weil da nicht ausgeleuchtet ist war eine scheißidee ähm ich wollte jetzt noch steine farmen das könnten wir eigentlich hier mal machen aber obwohl das bringt ja uns gar nichts ähm ähm copystone generator bauen ne das auch scheiße copystone generator ist langweilig ähm ich erst mal noch was so 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 schwert raus und hoch fledermaus fledermaus ja getötet so und jetzt hoch und hallo so und da gucken wir mal wo wir steine farmen können also ich glaube ihr könnt verstehen warum ich in eine andere welt gehen will weil ich meine ja das sieht jetzt nicht besonders toll aus und ja ich denke mal schon dass ihr mich da vielleicht ein bisschen ein ganz klein bisschen verstehen könnt das wäre sehr nett von euch so so und steine fahren will ich bloß wo ähm warum habe ich da einen dreckturm hingebaut ähm warum 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 war hier irgendwas tolles schönes ach so ja wollte ich die peter hin bauen aber das wird jetzt doch nichts deswegen reißen wir das mal ab das mache ich dann in der nächsten welt wahrscheinlich und das mache ich jetzt in der welt nicht mehr das lohnt sich einfach nicht finde ich hier noch ein paar bäume aber wir brauchen ja eigentlich das was wir hier nicht haben ähm so in Schanden brauchen wir Bücherregale noch äh überall fehlt es uns so ein bisschen eigentlich aber ich glaube ich weiß was wir machen können ähm ich geh nochmal hoch so ähm hopp aber nichts Kartoffeln wie sieht es da aus ähm nicht wirklich was ok da gehen wir hier mal hoch hopp 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 ähm ich werde dann auch übrigens alle materialien mitnehmen in die neue welt und nicht einfach so ähm ohne irgendwas anfangen wie es ja manche let's player gemacht haben ähm das habe ich nicht vor sondern einfach mein ganzes zeug mitnehmen und so einfach in eine neue welt gehen und die welt lasst mir dann einfach als anfangswelt zurück würde ich dann mal sagen so die folge müsstet ihr heute am freitag sehen also wenn ihr die folge guckt ähm wenn sie rauskommt an dem tag dann so mach mal ein bisschen lieber so und ihr beiden hm na komm und ihr du auch noch so ähm wer kann noch du und du ach ich muss mal kurz raus das wird mir jetzt zu voll ähm ähm du noch du so wer kann noch ähm keiner du ähm noch irgendjemand ja hier so da müssen wir uns erstmal wieder ein paar bücherregale holen glaube ich oder wollen wir die nochmal vermehren ne das wird zu voll ich muss erstmal wieder ein paar killen leiten zeichne kleine getötet so du 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 alles weg und zwei lassen wir wieder da nehm nehmt das fleisch mit so erstmal was fullern hopp 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 nein das war es nicht so okay wir nehmen auch schon ein bisschen länger auf ist eigentlich recht cool so ich habe heute auch irgendwie voll bock auf aufnehmen keine ahnung warum aber es ist so hier haben wir 20 glas ähm wieviel liter haben wir ah okay dann haben wir auch nur noch bücher ähm dann verarbeiten wir mal ne so ein quatsch bücher stellt man anders her ähm fünf papier ist zu wenig so reicht das ungefähr das 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 sieben leder bücher das ist ja leider so aufwendig herzustellen sieben bücher daraus kann man wieder so fast gar nichts herstellen eigentlich schade schade so was ich auf jeden fall mache ist jetzt hier ich habe mal hier 1 2 3 4 1 2 3 mach mal hier noch einen rein so dann der drüber noch weg so ich mache jetzt ne monster lasse ich ankommen ähm dreck behalten wir mal noch ähm steine tue ich hier erstmal rein ich bin mir bloß noch nicht sicher ob die auch reichen ähm das kommt hier hin genau wie das ne das war die andere kiste die ähm monster drops das das genau ähm eisen da halte ich das können wir hier noch rein tun sticks können wir stapeln keys 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 ähm wo ist keys das keys ähm kein glas keys und das ähm hatten wir noch irgendwo sand ja hier so das das so ähm ja dann mache ich hier unten auch mal noch eine werkbank einfach ähm wo stelle ich die hin so so und da machen wir mal noch ein paar regale draus aber da reicht das holz oder reicht es reicht es äh ja reicht genau habe ich perfekt abgemessen drei regale ist wieder nichts aber wir buddeln uns jetzt hier mal durch so lalalala so so buddeln und buddeln oh wieder schön viel kohle und so lalalala also wir werden auch schon vor folge 100 in netta gehen weil ja warum eigentlich warum ähm habe ich vergessen warum ich das machen wollte ähm komm das hauen auch weg ähm ich glaube ja vor folge 100 weil ich schon ähm davor in netta gehen will und dann in folge 100 durchs portal wollte ich gehen und da habe ich auch noch so eine kleine überraschung schon geplant dafür also so ganz ohne überraschung wird es auf jeden fall nicht und ich denke das könnte euch auch gefallen oder ich hoffe dass es euch gefällt um es so auszudrücken aber das könnt ihr ja jetzt mir noch nicht sagen so so und falls ihr euch fragt was ich hier baue das weiß ich selbst nicht so Dreck 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 verdammt ah na ah da müssen wir das hier wieder zu basteln so so natürlich jetzt scheiße 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 so war das nicht geplant aber egal ich finde da schon noch ne lösung und dann baue ich hier einfach ne Treppe runter wenn das geht so hier geht die Treppe dann runter so in etwa so und auf der anderen Seite genau das selber wie lange nehme ich auf das reicht und da sage ich mal bis zur nächsten Folge ich